Hallo und Willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und heute spiele ich den Doktor. Haarle Rose, Backwater Swamp. Na, eine schöne Map, um mal den Killer auszuprobieren. Verdammt, riesige Map. Okay, das war wahrscheinlich ich, die Raben, die da aufgeflogen sind. Okay, da hinten ist schon der erste. Ich wechsle mal schnell in den Therapie-Modus. Da ist ein Ace. Okay, ich fahre wieder in den Angriffs-Modus, den Behandlungs-Modus und Therapie-Modus. Ich muss noch lernen, die Modi auseinanderzuhalten, von den Begrifflichkeiten her. Okay, hier ist der Keller, aber leider keine Paletten, lieber Ace. So, wo ist der lang? Ha. Die Blutfolgen einfach mal hier hoch. Okay. Ah, hier oben ist er gewesen. Kann ruhig an der Palette warten. Er wird nur dadurch verrückter. Okay, ich wechsle wieder in den Bestrafungs-Modus. Und der Ace ist weg von der Palette. Der erste Generator ist schon gemacht. Ah. Die sind ganz schön flink hier. Ace läuft hoch. Palette, da war... Der neue Survivor. Ich mag die Map nicht. Wo ist jetzt der Ace hin? Okay. Dahin? Ich denke, ich mache den Generator kaputt und dann versuche ich nochmal jemanden zu jagen. Ich bin noch nicht so sehr mit der Fähigkeit des Killers vertraut. Das ist jetzt auch im Grunde mein erstes richtiges Match. Als Doktor. Dann wollen wir mal uns den Ace vorknüpfen. Okay, Ace wurde geheilt. Hier oben scheinen sie ja fleißig zu arbeiten. Okay, noch ein Ace. So. Diesmal mache ich die Paletten gleich kaputt. Geh hinten lang. Da läuft er. Diese Fasche. Okay, ich mache den Generator kaputt, dann schaue ich mich nochmal um. Und schicke ein paar Schocks in verschiedenste Richtungen. Vielleicht habe ich schon mal jemanden. So, Generator kaputt. In den Behandlungsmodus gewechselt. Okay, wahrscheinlich ist hier auch gar niemand mehr. Oder ein Zweit. Den haben wir so ganz gut entdeckt. Ah, wo ist der Zweit hin? Okay, er ist nicht im Schrank. Wahrscheinlich ist der Zweit gleich hier weggelaufen. Hä? Okay, da ist er. Der gute Zweit. Dann wollen wir ihn mal jagen. Zwei. Na komm. Das gibt's noch nicht. Okay, das Fenster ist jetzt für Zweit geblockt. Da läuft er. Ich habe meinen Sprintboost schon auf zwei. Also meine Blutlust. Verliere ich jetzt leider durch einen Schlag. Mal will ich nochmal ein bisschen schocken. Okay, er läuft nach oben. Da ist er. Hallo, Zweit. Da bin ich wieder. Okay, Mensch, das hat zwar lange gedauert, aber der Erste liegt immerhin. Den Keller werden wir ihn wohl nicht bringen können. Aber ich denke, ich hänge hier hinten an den Haken. Dann schaue ich mir mal das Umland genauer an. So. Okay. Jetzt müssen die anderen erstmal wieder probieren, ihn zu retten. So, den Generator mache ich wieder kaputt. Ich schaue mich mal ein bisschen hier um. Da ist der Ace vom Anfang. Ich wechsle mal den Bestrafungsmodus. Zweiter Garant. Okay, ich dachte, er würde dort oben irgendwie versuchen, Spielchen mit uns zu spielen. Okay. Okay. Zweiter wurde abgenommen. Mist, das haben wir verkackt. Aber er auch. Na komm, ein Schlag habe ich. So, wo läuft er lang? Da hinten lang. Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir hier ein bisschen schocken. So. Okay, der letzte Generator wurde gemacht. Aber wir haben den Ace noch. Den bringen wir... Wir versuchen es zumindest in den Keller. Denn da... Denn da... ...fällt das Sterben ihm leichter. Okay, um mich drum herum sind Blitze. Eigentlich sind die doch nur im... ...Behandlungsmodus. Und ich bin gerade im Bestrafungsmodus. So. Okay, hier habe ich die Feng Min entdeckt. Hier wollen wir doch gleich mal niederjagen. Okay, das Tor. Vielleicht ist es... Hoffentlich schaffe ich das noch. Sieht schwierig aus. Außer ich bekomme jetzt noch einen kleinen Boost. Ja. Jetzt habe ich dich. Drei vor dem Tor. Ganz schön gemein. Okay, Ace wurde befreit. Aber wir haben im Grunde... ...unser Opfer ganz gut eingetauscht. Feng Min gegen Ace. Das ist doch mal ein Deal. So. Ich wechsle wieder den Modus. Okay, Ace nähert sich von der Seite. Ich will aber jetzt natürlich erstmal das Geländer... ...ausgiebig... ...abchecken. Okay, hier vorne war doch der Zweid. Habe ich dich Zweid? Wir verwirren ihn mal ein bisschen. Wir verwirren ihn mal ein bisschen so rum. Okay, jetzt sind wir wieder im... ...Bestrafungsmodus. Komm schon, den Zweid wollen wir haben. Okay, er geht hoch. Habe ich dich Zweid? Okay, wir müssen versuchen... ...die Überlebenden jetzt immer... ...weit genug vom Tor wegzuhängen. Sodass wir... ...dann Chancen haben... ...dann immer mehr zu kriegen. So. Hier oben sind Spuren. Okay. Ja, ich gehe ja schon wieder ein Stück weg. Ich will den Zweid auch gar nicht lange jagen... ...äh, gar nicht lange... ...campen. Ich will nämlich am liebsten noch... ...schon wieder ein neues... ...Opfer mir schnappen. Okay, Zweid wurde abgenommen. Okay, er wird geheilt von Ace. Er wurde voll geheilt von Ace. Cool. Damit wird er mir wohl entkommen. Ich gehe oben lang. Okay, Zweid ist da. Es wird schwierig. Auf jeden Fall. Okay, nee, sie schaffen es alle. Hallo. So. Schmachvolle Niederlage. Aber Mensch, wir hatten ja trotzdem... ...ein paar Mal die Leute aufgehangen. Wir haben ganz gut gespielt. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik... ...und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. للgez vous aseguern Telefon Writer. Tschüss. Vielen Dank.